Musik Seit 2004 besteht Europas Elektromarkt Nummer 1 bereits in der ehemaligen Sechenstadt Hückelhofen. Jetzt wird es Zeit für einen innovativen Umbau. Boden, Beleuchtung, Angebot und Abteilungen werden völlig neu gestaltet. Doch dazu muss erst einmal alles raus. Insbesondere die Großgeräte brauchen vorübergehend eine neue Bleibe. Wir bauen für Sie in den nächsten elf Wochen Abteilung für Abteilungen um, um Ihnen neue Warenbereiche größer, schöner und moderner zu präsentieren und um Ihnen eine größere Auswahl zu zeigen. Damit der Umbau im laufenden Geschäftsbetrieb realisiert werden kann, wird vor dem Markt ein großes Zelt für den Kauf von Elektro- und Großgeräten zur Verfügung stehen. Alle Warenbereiche, die Sie zurzeit nicht bei uns im Markt finden, finden Sie auf einer Verkaufsfläche von über 200 Quadratmetern in unserem Outlet-Zelt. Und so wird in den kommenden Wochen geschraubt, geräumt und neu gestaltet. Bis am 16. Juni der Mediamarkt im neuen Glanz erstrahlt und seine Verbundenheit zum Bergbau und der Stadt Hückelhofen auch äußerlich deutlich erkennen lässt. Bis dahin halten wir Sie über das Geschehen im Mediamarkt auf dem Laufenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017